So, Freunde, was geht heute mit meinem neuen Video und was ist im Video passiert? Brr. Ich schlief ganz kurz. So, Freunde, was geht heute mit meinem neuen Video und wir haben was unnormal Krankes geplant. Checkt schon mal ab, was im Video passiert ist. So, Freunde, ihr habt auf jeden Fall gesehen, ey, unnormal kranke Reaktion. Wer kämpft gegen einen Hund, Digga, gegen einen Hund? Ey, Bruder, nein, ehrlich nicht, Digga. Heute im Video mit dem Hund, wir fragen die Leute auf ganz entspannt, würdet ihr mit diesem Hund kämpfen? Bruder, zeig mal einmal den Hund. Pfff, Digga, ey, ich würde ehrlich, mit ihm würde ich ehrlich keinen Stress machen. Ich würde sagen, lasst einfach mal mit dem Video starten, aber bevor wir starten, schreibt in die Kommentare, Spam wirklich full, ob ihr gegen diesen Hund kämpfen würdet, ey, ich würde es niemals machen. Und was das für eine Rasse ist, also ratet mal, was das für eine Rasse ist, Spam bisschen voll, viel Spaß mit dem Video. Stell dich einmal vor. Oh, ich bin Ossi. Wie? Ossi. Du? Adi. John. Mikai. Drei, zwei. Was ist eigentlich mit dem Hals? Sie macht so, Digga, im Motor oder was? Du hast... Warum lachst du eigentlich, Digga? Ich höre, sie lacht und sie macht... Stell dich einmal vor. Laura? Du? Anastasia. Anastasia, okay, perfekt. Komm mal einmal ganz kurz mit dem Hund rein. Okay, ihr seht doch den Hund, ne? Nein. Na, los, lacht schon. Wer will gegen ihn kämpfen? Guck, er macht schon eine Ansage, er meinte, du bist ein Knecht. So, eins gegen eins. Okay. Warte, was meinst du, Katze? Will's jetzt frech sein? Nein, 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 nein. Ah, die traust du dich, oder was? Hund ist übertrieben, Hund ist übertrieben. Hast du die Eier? Hund ist übertrieben, Bruder. Er hat stabile Eier, seine Internet-Eier. Tschüss, Tschüss, Digga, Hand ist weg, Hand ist weg. Bleib mal kurz hier, bleib mal kurz hier. Das war's mit dem Video. Weiß der? Nein, Dings, auf den er massiert dich. Halt den Pinall, gell, massier ihn! Guck mal, das ist noch ruhig, auf ruhig. Gleich kommt Rechte von hier. Guck, drei, zwei, eins. Guck mal, sie sieht keinen Gegner in dir. Wenn er so pusht, komm, komm. Mach mal, komm. Digga, ich hab mir viel angehört eben, ne? Ich hab gehört, sie hat hinter meinem Rücken geredet, sie meinte Dings, ich bin Knecht und so, deswegen, komm. Aber guck mal, sie guckt mich einfach ran. Wer kann länger gucken, komm. Warum gehst du weg, Digga? Warum zuckst du, ne? Komm, ich hab Zeit, Bruder. Kennst du überhaupt nicht die Eier? Ich halt sie, Digga. Tschüss, komm. Gib mir rechts, gib mir rechts. Was war das, was war das, was war das? Was war das? Was war das? Ja, okay Digga. Ich dachte, die werden stumpf. Aber er hat sich eigentlich gut geschlagen, ne? Zweite Runde in jeder Zeit. Melds für mich. Zweite Runde in jeder Zeit. Komm, weg, sie hackt raus, Digga, komm. Schnell, Digga. Tschüss. Weg weg, Digga. Mann, komm, weg. Was, Fynn, weg. Sie macht nichts. Schreichelt einmal. Nein, sie reicht nicht. Ganz kurz, ganz kurz. Komm mal. Bruder, das war's. Okay, okay, es geht los, Digga. Alter. Abo, Abo. Sie macht richtig 1G1, gleich. Er macht Take Down oder so. War gut, du machst die Massage? Ja, Mann. Sei ehrlich. War gut. War gut, ne? Willst du Instagram nennen oder so? Ja, Instagram. Dogan unter Strich 109. Checkt sein Profil auf jeden Fall ab. Tschüss, tschüss, tschüss. War allein jetzt so Eierflatter, ne? Wie war? War gut? Ja. Wir bleiben auf sportlicher Ebene, okay? Oha. Bruder, was hat sie gesagt? Hat sie mich bepleidigt? Ja. Komm her! Komm her! Haben Sie Leckerli oder so was? Haben Sie Leckerli mit? Nee, wir nicht. Der ist eigentlich nur ein Dings, ähm, Schrauben. Der ist nur Schrauben. Können Sie den einmal provozieren? Weil bei mir klappt das ja nicht. Ich hab auch schon einmal mit der Pfanne auf seinen Kopf gehauen. Überhaupt nicht. Nein, ich hau den nicht, aber ab und zu fällt mir mal die Pfanne auf seinen Kopf. Nee, das geht nicht. Ich möchte ihn aber einmal streicheln. Streicheln? Jetzt bist du ein Engel, ne? Aber eben warst du mich doch voll beleidigt. Ist doch eine Frau hier. Ja, ja, ja. Der hat kein Ja. Tschüss. Junge, ja. Hier bist du ihn so. Hier. Guck, er chillt so ohne Arm, Digga. Nein, nein. Okay, okay. Sag ihm, du hast gewonnen. Okay, ey. Ey, okay, ey, du hast gewonnen, okay? Sag ihm einfach, sag ihm, du hast gewonnen. Ey, du hast gewonnen, Bruder. Du bist gut? Ey. Du hast gewonnen, ist doch gut. Du bist gut. Bruder, man denkt ehrlich, die haben Beef gehabt oder so. Okay. Alles gut. Ja, jetzt. Also auf den Wert gewonnen? Nein, Bruder, ehrlich. Egal, scheiß. Okay, ehrlich, Respekt schonmal. Heftig. Meine Hand ist jetzt totnass. Und bei mir auch... Bruder, Digga. So, Freunde, das ist das auf jeden Fall mit dem Video. Ganz kurz, bevor die ganzen Leute sagen, ja, Tierquäler, Mirquäler, Dschirquäler. Der Hund hatte Spaß daran, oder nicht? Ja. Dann würde ich sagen, das war das Video auf jeden Fall. Und edit mich auf Instagram, mit miko.hamburg. Mich auch, xns0x. Snapchat auch, alles hier eingeblendet. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Hau rein.